Sony hat mit dem Xperia XZ2 ein neues Top-Smartphone vorgestellt, das mit dem bisherigen Design bricht. Die Kanten sind jetzt endgültig rund, vom eckigen Aussehen vergangener Modelle ist nichts mehr zu sehen. Die Ränder um das Display herum sind zudem endlich schmaler geworden. Der Bildschirm hat jetzt das Format 2 zu 1. Lediglich oben und unten ist noch ein Rand wahrnehmbar, hier stecken die Stereo-Front-Lautsprecher. Das Xperia XZ2 kann tiefe Frequenzen als Vibrationen ausgeben. Besonders Actionfilme lassen sich auf diese Weise mit dem Telefon in der Hand intensiver wahrnehmen. Bei Videos mit basslastiger Hintergrundmusik hingegen empfinden wir die Vibrationen als störend. Mit der Kamera können wir neben Fotos auch 4K-HDR-Videos aufnehmen, die wir uns direkt auf dem HDR-fähigen Display des Smartphones anschauen können. Eine Dual-Kamera gibt es im Xperia XZ2 noch nicht. Als Prozessor kommt Qualcoms neuer Snapdragon 845 zum Einsatz, der zusammen mit 4 GB Arbeitsspeicher verbaut wird. Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 8.0. Im ersten Hands-on macht das Xperia XZ2 einen guten Eindruck. Die Designänderungen lassen das Smartphone moderner wirken als seine Vorgänger, die Hardware-Ausstattung liegt im Top-Bereich. Das Gerät soll im April oder Mai 2018 in den Handel kommen und 800 Euro kosten.